Good morning in the morning friends and welcome to a new vlog. Ich vlog heute mal wieder und zwar ich habe mich gerade schon in Workout-Klamotten geschmissen, weil heute mache ich immer wieder Sport. Oh mein Gott meine Haut. Weil ich muss unbedingt wieder Sport machen, weil ich langsam drehe ich hier daheim, sonst durch glaube ich. Ich habe so viel überschüssige Energie, das kenne ich gar nicht von mir, aber ich lebe zum kleinen Psycho. Deswegen machen wir heute so einen Sport. Aber jetzt muss ich erst mal ein bisschen Uni machen. Habe ich halt gar keinen Bock darauf, aber hilft ja auch alles nichts. Genau, eigentlich mache ich, also wie viel Sport ich eigentlich mache. Ich mache eigentlich auch keinen Sport, so wisst ihr. Ich habe vor Corona keinen Sport gemacht und ich mache jetzt auch keinen Sport. Aber so ab und zu muss es halt irgendwie mal sein. Und vor allem, ich sehe das so krass. Ich habe nämlich im ersten Lockdown habe ich voll viel so Pamela Reif Workouts gemacht. Richtig viel. Und das habe ich auch voll an meinem Körper gesehen. Der sah einfach so viel besser aus. Und jetzt bin ich einfach ein einziger Strich geworden. Das ist so krank. Also heute gibt es wieder ein Workout. Ich meine, das ändert es zwar jetzt auch nichts an meinem Körper, wenn ich einmal ein Workout mache. Aber for the feeling, you know. Und ja, ich muss jetzt erst mal was frühstücken, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich vergesse zur Zeit so oft einfach was zu essen. Deswegen mache ich das auch sofort. Dann mache ich Uni. Genau. Und ich weiß noch gar nicht so genau, was ich überhaupt frühstücken soll. Weil eigentlich esse ich immer erst mittags Frühstück und jetzt ist erst 10 Uhr. Aber ich muss mir das wieder angewöhnen, weil sonst esse ich nichts. Also entweder mache ich Porridge oder Pfannkuchen. Habe ich auch lange nicht. Wäre auch geil. Oh mein Gott, gerade ist so Goldswetter. Ich muss euch das mal zeigen. Seht ihr das? Also von da kommt so Sonne. Und wie schön sieht dieser Baum aus und der Schnee? Pretty. Ab Montag gilt ja glaube ich jetzt nur in Bayern die FFP2-Maskenpflicht. Und wir haben jetzt einfach mal einen Vorrat bestellt an 40 FFP2-Masken. Ähm. Ähm. Ja. Das ist gestern voll krass. Ich finde es immer noch so krass, dass wenn man bei Amazon am Tag davor bestellt, dass es am nächsten Tag einfach da ist. Und ich habe auch noch so ein Buch für meine Mom mitbestellt. Ähm. So ein Kochbuch und Ernährungsbuch und so ist das. Ähm. Das habe ich am Vortag um 8 Uhr abends bestellt. Und es kam am nächsten Tag einfach an. Wie geht sowas? Ich finde das so crazy einfach. Naja. Auf jeden Fall jetzt Frühstück. Ich habe mir jetzt einfach hier so eine kleine Portion Porridge gemacht. Mehr schaffe ich jetzt am Morgen nicht. Und gebe mir noch ein bisschen Apfelmoos dazu. Genau. Ich liebe halt Apfelmoos. Das ist auch irgendwie richtig underrated. Ich könnte auch so ein Glas einfach nur so löffeln. Hehehe. Also wisst ihr, was komisch ist? Ich habe gestern Abend mein Video hochgeladen. Und es ist einfach immer noch nicht fertig verarbeitet. Also immer noch nicht in HD-Qualität verarbeitet. Ich verstehe es nicht. Wieso dauert es zu lang? Ich meine das Video, das ist der Haul. Der ist so 13 Minuten lang. Ich verstehe es nicht. Also heute soll auf jeden Fall, falls ihr mein Haul gesehen habt, finde ich. Schau dir an. Ähm. Heute soll auf jeden Fall meine Jacke kommen in der richtigen Größe. Können wir dann auch mal zusammen anprobieren. Die müsste jetzt dann auch schon kommen, weil bei uns kommt ja mittlerweile der DHL-Mann immer so um elf. Zwischen elf und zwölf. Woh. Zwischen elf und zwölf. Hätte ich gut. Dann trainen wir die noch zusammen. Ja und ich brauche jetzt mal Uni und dann melde ich mich wieder. Genau. Leute, schaut euch einfach mal diesen blauen Himmel an. Oh mein Gott, ich muss später auf jeden Fall rausgehen. Ich will ja noch Sport machen. Vielleicht gehe ich auch joggen. Aber joggen ist halt echt schwierig, weil es ist sauglatt draußen. Deswegen, I don't know, vielleicht auch nur spazieren und dann daheim sporten. Auf jeden Fall gehe ich heute raus, weil das ist crazy, das Wetter. Ich schaue mir gerade noch Videos an von der Uni, also die uns die Profs geben. Ach, das ist so nervig. Ohne Scheiß. Diese ganze Prüfungssituation stresst mich auch komplett. Ähm, dass die entscheidende Präsenzprüfungen bei uns planen. Obwohl ich das... Also, das macht halt keinen Sinn, ne? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnte ich mich jetzt stundenlang aufregen. Und hier ist kein Platz für Bad Vibes. Nee, aber ohne Scheiß. Das ist echt... Das ist echt stressig, dieses Thema. Aber... Das lasst mal mein Problem sein. Nee, aber ich denke mal, viele von euch haben auch so ein Problem, die halt auch studieren mit den Prüfungen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das eure Uni macht, was für Prüfungen ihr schreibt, ob ihr überhaupt Prüfungen schreibt, ob sie online schreibt, ob sie bei euch verschoben werden. Ich habe schon alles gehört. Eine Mischform. Bei uns sind sie, wie gesagt, Präsenz geplant im Februar. Ja, das sehe ich halt nicht so kommen. Aber wir werden sehen. Friends, the check-out arrived. Ich probiere sie jetzt gleich mit euch an. Ich hoffe so sehr, dass sie passt. Man muss sich auch denken, Alter, das bringe ich schon wieder ein Aces-Papet. Es muss echt endlich mal ein Ende haben mit den ganzen Bestellungen. Und dann... Oh mein Gott, ich freue mich um Angst. Jetzt habe ich Angst. Oh mein Gott, die ist kalt. Kalt! Okay, sie ist immer noch riesig, aber... Ich meine, die gehört ja auf Oversize. Aber so geht es, glaube ich, oder? Was sagt ihr? Ich habe nur Angst, dass ich damit so dünn aussehe. Aber ich glaube, das tue ich nicht. Ich zeige es euch mal nochmal in ganz. Also so sieht es jetzt aus. Schon gut, oder? Ich glaube, ich behalte es jetzt. I made some food. Also Marmeladenbrot, dann Brot mit Noah. Also Noah hat so ein Hummus, Winsen, Curry, Aufstrich. Dann noch ganz viel verschwiedenen Cheese. Ich liebe Käse und Scheiß, Leute. Käse ist der Grund, warum ich nicht vegan werden könnte. So, auf den ganzen anderen Stuff könnte ich voll gut verzichten. Tue ich halt auch teilweise schon. Also ich esse halt keine Milch. Oder trinke halt keine Milch, keine normale. Und auch keinen Joghurt und sowas. Aber Käse und Eier, das ist mein, mein, mein Love. So, meine Freunde der Sonne. Ich werde jetzt spazieren gehen. Ich mache mir jetzt gleich noch einen Tee. Und dann gehe ich in dieses schöne Wetter hinaus. Okay, Friends, wir gehen jetzt doch einkaufen. Also ich bin immer in Elton, weil wir müssen einkaufen. Leute, wäre ich mir lieber spazieren gegangen und nicht einkaufen. Ich musste mich gerade so aufregen. Ich muss mich jetzt gerade wieder ein bisschen beruhigen. Aber beim Einkaufen, mal davon abgesehen, dass jeder zweite eh seine Maske nicht richtig tragen kann, weil er sie unter der Nase trägt, war da einfach eine Frau, die hatte eine Maske aus Spitzenstoff an. Also Spitze, also so Klamottenstoff, so Spitze halt. Wisst ihr, mit Löchern, wo man so durchschauen kann, ne? Hatte sie einfach eine Maske an. Ich bin nur an der vorbeigegangen und habe gesagt, ja, mich wundert es nicht, warum die FFP2-Maskenpflicht eingeführt wird. Ich glaube, es hackt halt komplett. Ich war kurz vor, also, ich wäre echt fast ausgerastet da drin. Ich war so sprachlos. Jeder zweite hat echt seine Maske falsch getragen. Die haben sogar ihre FFP2-Masken unter der Nase getragen. Ich darf jetzt nicht mehr weiter darüber reden, weil, ich glaube, sonst, ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen soll. Ich bin jetzt gerade schon die ganze Zeit am Malen. Und zwar male ich einen Bauki, so richtig bunt. Ähm, ja, ich habe erstens noch nie ein Teal gemalt und zweitens noch nie so bunt. Mal schauen, ob das was wird. Ich glaube, gleich gibt es auch Essen. Ich habe schon so Hunger. Ich habe gerade, by the way, auch noch meinen Haul hochgeladen. Ich bin mal gespannt, wie der ankommt. Ich habe immer das Gefühl, dass es halt so Glückssache ist, wie viele Leute das anklicken. Ähm, ja, also ich habe es jetzt am Freitag in 16 Uhr hochgeladen. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Unterschied macht, aber we will see. Es gab gerade Essen und es gab einfach Knödel mit Rahmschwammerl. So ist es voll geil. Ich liebe das halt. Und gab es mich letztes Mal auch schon, wenn ich geblockt habe? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade mein Bett bezogen, ne? Und jetzt mache ich Sport. Ich muss mir jetzt noch ein Workout raussuchen, ne? Und danach gehe ich baden, ne? Und dann wird es wohl das ultimativ geile Gefühl sein, wenn ich dann ein Bett lege. Also, ich freue mich sehr. Ich muss jetzt mir echt noch ein Workout raussuchen. Ich weiß auch nicht, ob ich eins von Pamela Reif machen soll, weil... Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich mache jetzt dieses 10 Minuten Booty Workout von dieser Lisa Del Piero. Ich berichte dann, wie es war. Ich blende hier safe keine Zeitraffe ein, weil das wird richtig peinlich. Aber ich try das jetzt mal. Irgendwie bin ich jetzt schon aus Atem, lol. Oh mein Gott, ich bin jetzt fertig. Also gerade fertig geworden. Es war auf jeden Fall richtig anstrengend. Also ich habe das voll gespürt, wie meine Muskeln gearbeitet haben. Auch wenn es nur 10 Minuten waren. Ich, unsportliches Ding. Ich glaube, es reicht für heute. So, ich lasse mir jetzt gerade das Bad ein. Ich glaube, ich mache hier so ein Schaumbad rein. Gute Laune. Gute Laune habe ich schon. Also war Schaden. Okay, lol. Das sieht mir irgendwie weird aus. Ich weiß gar nicht, wie viel da rein muss. So, ich habe mich jetzt ins Bett gelegt. Oh mein Gott, ist das geil. In das frisch gemachte Bett. Frisch geduscht nach dem Sport. Und ein richtig geiles Aftersport. Ähm. Snack. Essen. Brezeln mit Nutella. Oh mein Gott. Also gerade. Ja, gerade geht es fast nicht besser. Good morning in the morning. It's the next day. Und oh mein Gott, ich habe so Muskelkater im Po. Ah. Ja. Und dann merkt man auf jeden Fall, dass es gut geholfen hat. Ich muss jetzt mal meine Haare machen, weil... Gebt euch mal das? Das ist so weird. Ja, ich mache die jetzt mal schnell. So, da, da. Das sieht doch schon besser aus hier. Ähm. Ich werde mir jetzt ein Breakfast machen. Ich hab mir gestern so freundes Obst gekauft. Deswegen werde ich jetzt mal wieder einen Smoothie machen. jetzt habe ich es so lange nicht mehr gemacht. Und da muss ich heute ja auch noch ein bisschen Putzen aufräumen. Uni! Und es hat gerade einfach zum Stein angefangen, Leute! Ich habe mir jetzt dieses Outfit angezogen, was ich in meinem Haul gezeigt habe. Und jetzt mache ich mit meinem Smoothie! Eigentlich Olga's. Franz, ich war gerade so schön am Lernen und dann schreibt mir Nina einfach auf iMessage und ich verstehe, also wir beide verstehen nicht, warum man nicht normalerweise einfach ganz normal auf iMessage schreibt, weil das sieht erstens viel schöner aus da und jeder hat die App schon drauf. Wieso macht man das auf WhatsApp? Also das verstehen wir nicht. Und wir haben uns gerade voll viele Spotify Playlists erstellt, auch so coolen Namen und coolen Bilder und so. Genau, irgendwie ist das voll cool. Jetzt haben wir so Playlists erstellt, dass wenn wir zusammen Auto fahren, dass wir die da immer anmachen können und so eine Playlist, wo wir so neue Lieder reintun, die wir feiern. Genau, also irgendwie, ich finde es so cool. Das nervt mich ein bisschen, dass diese ganzen iMessage Nachrichten auch auf meinem Laptop kommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier weg mache. Muss ich jetzt mal schauen. Naja, auf jeden Fall war ich so gut am Lernen und jetzt habe ich, glaube ich, zwei Stunden nichts anderes als das gemacht. Es kann immer wieder irgendwas dazwischen. Ist halt auch wie es ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine Brille irgendwie da voll gut so dazu passt. Also ich brauche eigentlich so zum Auto fahren und so brauche ich keine Brille so. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man viel auf dem Computer schaut, auf dem Bildschirm und auch aufschreibt. Das strengt dann die Augen nicht so an. Also das kann ich nicht nur recommenden, vor allem jetzt im Online-Semester. Das ist halt echt krass so, wenn man den ganzen Tag auf dem Bildschirm schaut. Okay, mache ich zwar nicht, aber wenn ich es dann mal tue, dann ist es auf jeden Fall so viel angenehmer. Leute, ich habe hier ja diese Kerze. Die ist von Primark und also da muss man eigentlich, kommt der Pfropf nach oben drauf, aber das kann ich jetzt nicht drauf machen, sonst geht sie aus. Aber ich finde die so richtig schön und die riecht einfach so geil nach frisch gewaschener Wäsche und ich finde dieser Geruch ist einfach der Beste. Ich glaube, die hat sechs Euro oder so gekostet und ich finde die halt auch richtig schön. Kann ich nur recommenden. Hallo Freunde, eigentlich wollte ich gestern aufhören zu vloggen, aber wir tryen jetzt noch was zusammen und zwar, ich versuche mal wieder Subway Cookies zu Hause nachzumachen. Ich habe so ein Rezept gefunden und ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich hätte es schon so ausprobiert und es wurde nie was. Aber I'm gonna try another one. So, ich habe sie jetzt im Ofen. Ich bin mal gespannt, sie zerlaufen schon. Und ich packe die oft zweimal. Ich habe hier noch Teige übrig. Sieht so geil aus. Cookie Teig ist echt der geilste Teig. Yum, yum. Oh mein Gott, die zerlaufen so krass. Aber sie sehen so delish aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Cookie Teig ist einfach der geilste Teig. LVR Carb. Halt uns jetzt die zweite Runde drin. Mal schauen. Vielleicht wird es besser, weil die ist halt ein einziger Riesen-Cookie hier geworden. Die muss jetzt noch abkühlen. Und dann try ich mal. Aber ich glaube, die schmecken nicht so wie Subway Cookies. Zumindest sehen die noch nicht so aus. Ich habe sie schon früher rausgeholt, als es eigentlich im Rezept steht. Aber die sind schon gebraun. Deswegen dachte ich mir, hm. So. Also ich habe jetzt mir mal so ein Cookie genommen. Ich habe den ja so auseinander schneiden müssen. Deswegen sieht er jetzt nicht so schön aus. Aber wir machen jetzt mal Taste Test. Und zwar die Konsistenz erst mal. Okay, die Konsistenz ist noch sehr moist. Also das ist irgendwie ganz so geil. So seht ihr das. Ah. Ist halt schon geil. Okay, we're gonna try it. Es fühlt sich irgendwie an wie so ein kleiner Kuchen. Mann. Wir sind ja auch viel zu fluffig. Voll weich. Aber schon geil. Aber nicht so richtig Cookie-mäßig, muss ich sagen. Aber geil. So. Ob es Subway Cookies sind? Nein. Ob sie geil schmecken? Ja. Ich muss mal die anderen Cookies probieren. Vielleicht sind die ja auch mehr wie Subway geworden. Weil die anderen, die zweite Fuhre, habe ich länger drin gelassen. Vielleicht ist es dann besser. Die sind auch dunkler geworden. Ja. I'm gonna try and will tell you. Okay. 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 Okay.